Hallihallo und willkommen zurück bei 7 days to die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit, Tibra, grüß euch. Wir wollen bauen. Wir haben beschlossen, in der Mitte, die Mitte zu nehmen. Ja, genau. Also gekennzeichnet haben wir es ja schon auf der Map. Da auf der Mitte versuchen wir dann zu bauen, aber eigentlich haben wir nicht beschlossen, dass wir bauen. Ist gerade nicht so weit weg. Wir brauchen einmal die Ressourcen. Im Prinzip hat es ja nichts geändert, außer dass für uns jetzt zwei oder drei Wochen Aufnahmepause war. Das haben wir erst wieder mal reinfinden müssen. Ich hoffe auch, dass die Aufnahmen funktionieren, weil komischerweise ein 7 days jüngter Thema gerade mit dem Aufnahmeprogramm. Gut, ja. Wo wir jetzt herumgetan haben. Ich würde mal sagen. So, ich bau das einmal ab und lass mich einmal da runter. Genau. Lass dich runter. So. Okay, du hast du erlebt. Es ist keiner da. Ja. Ich glaube, da stehen ja schon Spikes. Du hast da schon welche Aufbaut aufpassen. Ja. Und dass du reinlaust. Tust du dann die Fremse rein? Ja. Gut, dann mache ich mir meinen Mittelpunkt anschauen, weil das wäre halt so. Ja. Was ist alles notwendig? Holz, Stein. Wir brauchen ja. Ah, es ist der Anfang. Wir brauchen alles. Bewege mich drauf zu. Äh. Ne, ne, was denn? Ah. Also. Ah ja. Jetzt haben wir. Giges T-Shirt. Ja, irgendwo müssen wir, äh, oder haben wir irgendwo eine Kiste deponiert? Nein, aber wir haben ja unsere B-Serie. Ja, auf halbem Weg, dass wir nicht erst mehr raufwurschteln müssen. Habe ich mir gedacht. So, ich fülle jetzt mal die Gläser nach. Ich gehe mal die Straße. Äh. Richtung Osten, ne? Ja. Und sammle so auf, was mir... Öh. War bei mir. Okay. Soll ich die Gläser gleich zum Abkochen noch reinlegen? Ah, nimm's mit. Ich glaube, da neben uns ist ja gleich so eine Art Bar oder so. Ja, stimmt. Das ist oben. Da könnten wir gleich mal... Reinschauen. Ich glaube, das sehe ich da oben. Ich bin schon wieder da. Okay, sehr schön. Ähm... Re-Spawn gibt's ja nicht. Darum wird alles einfach... Äh... Ja, richtig. Haben wir... Wechseln. ...abgeschaltet. Ja, vergiss das. So. Äh... Du hörst du das auch. Ja, da ist dann irgendwo... Vermute ich mal... Äh... Zombielein. Äh, da ist es. Was, das Zombie? Mhm. Kommt schon. Jetzt haben wir so lange nicht Seven Days gespielt. Ja, man muss wirklich erst wieder mal reinkommen. Ja. So, da ist er, der Zombie. Oder die Zombiene. Zombiene. Hm. Okay. Rückenfrei. Achso. Äh, scheiße, waff da. Ist sie? Ah, die ist schon. Ah, ist sie schon. Ja. So, wir sind vorsichtig. Wo ist der Sleeper? Wo ist dann noch wo? Ich warte kurz raus. Da ist einmal nichts. Ja, falls ich wieder raus muss. Ich schau noch da hinten. Hinter der Theke eventuell? Ja, da liegt einer. Okay. Der ist auch nichts. Da ist noch keiner, gell? Nein, nein, das war der. Nein, sonst nichts. Ich seh natürlich da noch nicht rein. Ah, da ist aber offen. Na ja, da liegt auch noch einer. Mhm. Ah, fuck. Was? Na ja, da bin ich angekommen, ehrlich. Uuuh. Uuuh. Aha. Zu spät weg. Ach, geh. Okay. So, das war's. Der ist auch erledigt. Okay, ich bin mal schon herinnern. Dann schau ich oben. Wenn man schlecht geht's ja, wenn man nicht ankommt. Ah, ich stelle einen Frame ins Fenster. Ja, ist okay. Da tut's ja nicht. Irgendwo höre ich. Ah ja, da drüben ist wie da. Das ist nicht gut. Und noch einer. Na, da ist ja ein bisschen was los in der Mitte. So, die ist er erledigt. So, jetzt ist nur noch der da unten. Wo ist unten? Ah ja, ich glaube er kommt zu mir. Jetzt sag das, was mache ich heute? Jetzt fahre ich wieder runter. Okay. So, der ist auch erledigt. Ah ja. Da ist niemand. Ich räume hinter dir auf. Passt. Deine Schweinereien. Ja genau. Du hast Rüstung, oder? Ah ja. Da ist ein Schematik in dem Bücherregal da oben. Für ein Metall-Helm. Was ist das? Painting Wall Coverings. Das könnte ich lernen. Das könnte ich lernen. So, du bist rauf gegangen, gell? Ah, ja. Scheine an. So. Hm. Sehr gut. Die Stühle nehme ich mit. Das ist gleich Holz. Das ist besser. Dann nehmen wir die Küche gleich zum Ablagern. Ablagern? Ja, das... Was ist denn? Was ist denn? Äh, das geht... Die gefundenen Beute. Gläser. Achso. Das müssen wir nicht hertauschen. Ja, genau. So. Gläser habe ich schon einige, also... Mhm. Wo bist du? Ja, oben. Ah, oben. Da ist übrigens noch das Bücherregal. Ah ja, komm schon. Komm schon. Treppen rauf. Treppen rauf und Leiter rauf, ne? Nein, Leiter nicht. Nur Treppen. Nur Treppen. Gut. Und dann da hinten. Da sind mehrere Räume. Ah ja. Genau. Dann hast du die Leiter rauf. Da habe ich, glaube ich, eine Sporttasche oben gesehen. Machen wir mal da oben das. Okay. Ein paar Träumen. Können wir auch immer brauchen. Können wir auch immer brauchen. Sehr gut. Oh ja. Ich nehme die Pflanze mit. Ah ja. Okay. Was ist das? Was ist das? Oh, das ist schon her. Hm? Bauplan. Eisenbeinschienen bringe ich damit runter. Ja. Ich muss das extra rauf. Alles in der Küche am besten im Kühlschrank ablegen. Mhm. Mhm. Ein schöner Tag. Um auf Raubzug zu gehen. So. So. Im Kühlschrank hast du gesagt. Ja. Dann lege ich gleich mal rein. So. Passt. Ähm. Ich habe jede Menge Gläser. Das da was grabben. Den da was grabben. Den da was grabben. Leere. Äh. Ja. 16 Stück. Okay. Da legen wir es rein. Dann geh mit denen. Habe ich reingelegt. Das lernen. Warten dran. Warten dran. Und das auch. Mechanical Parts. Ah, da ist nur eine Wanddressur. Okay. Gut. Gut. Grau, grau, grau. Alles grau. Gibt's ja Regale aus Tische rausgenommen? Ja, habe ich. Enten. Passt du, dann kann ich das auch aufbauen. Das ist ja eigentlich nur mit der Wandsäfte. Okay. Das sollte man es merken. Ich glaube. Ich muss einmal schauen, wie lange das dauert. Aber ich glaube, der hat relativ viele Punkte. Äh, 2500. Das dauert eine Ewigkeit. Das hämmer sich auf. So. Ah, da ist nur der Medizinschrank. Der Rolle ist sehr gut. Den habe ich nicht... Ah, den habe ich übersehen. Schmarrn mit einem. Das Klo kann man auch wegnehmen. Eine Eisensteine. So. Ich habe da reingelegt. Ist oben noch etwas Interessantes? Was am Dach? Nein, nur so Klima. Ja, die werden wir dann abbauen, wenn die... Kästen sind eine oder zwei drauf und so Metallschächte. Okay. So. Gut, ich bin wieder beim Ausgang. Da ist noch eine gesperrte Tür. Ich glaube, das ist nur die Rücktür. Da hast du schon alles? Ja. Getränke, ja. Da ist aber auch noch eine Tür, gell. Ah, ja. Schau mal rein hier. Ein Safe, oder? Eine Kiste. Okay. Unter der Kiste liegt ja niemand, nein. Aha. 213 rosa Farbe, oder rote Farbe. Ich habe auch schon... Sie sind neu, gell, mit der Farbe. Ich habe auch schon neun Farben. Okay. Neun Farben. Neun, ja. Sieht aus. Ah ja, und das ist so ein Automat, den man kaufen kann. Ja, genau. Gut. Ja, gut. Weiter geht's. Dann hätten wir noch dieses Gebäude. Nehmen wir da den Einkaufswagen mit. Okay. Und da ist schon wieder eine Steinachst in einer... Was ist jetzt da? Kann ich den nicht. So. Zack. Gut. Gut. Ich werde mir da mal so ein First Aid Kit reinschmeißen. Meine Fäden schon ziemlich viele Punkte. Okay. Ne, ich habe mich nicht mehr hochgehöhlt seit dem Wolfangriff. Ach ja, da sind die Wolfe. Da war ja was. Obwohl ich glaube, dass ich mit 8 Punkte davon gekommen bin. So. Ich glaube zumindest, dass das von da noch mal erschaffen wird. Ah, da waren wir schon. Du bist eh schon draußen. Ja, ja. Da ist ein Nest. Hast du die Gläser von oben mitgenommen? Habe ich mitgenommen, ja. Super. 16 leere Gläser. Die lege ich mir gleich raus, weil die wärmer. Bevor es dann nach oben geht, fülle ich den mit dem Holz. Das Wasser ist ja auch nicht weit weg. Da liegt ja wirklich alles sehr gut zusammen. Hm? Ah, da hinterm Haus. Da ist noch ein Vogelnest. So. Ja, wir brauchen jede Menge Holz. Also bei mir zumindest, weil ich überhaupt keins mehr gehabt nach der Nacht. Mülltonne, Müllsäcke. Oh, schon wieder Rüstungsteil. Cool, cool, cool. Wenn das so weitergeht, dann haben wir demnächst die Eisenrüstung zusammen. Wo ist es? Oder hast du es rausgekommen? Bist du... Ah, dann lege ich das da rein in die Mülltonne. Ich habe nicht gewusst, dass du in der Nähe bist da. Steel Gloves oder was weiß ich. Ich glaube, die Scraps sind, oder? Da wird es nicht geschaut. Da muss ich dann schauen. So. Da wird uns die Fieber dann gleich mal auf eine Rüstung zusammenziehen. Ja, aber... Ich muss noch schauen, welchen Level. Ah ja, stimmt. Der Level wird noch passen. Das ist... Ah ja, das war die Rücktür. Gott sei Dank habe ich die nicht aufgemacht. Oder wir werden noch hinten rausgekommen. Enttäuschenderweise. Nix dahinter. Ja, das stimmt. Quasi. Ja, viel Arbeit umsonst. Viel Lärm um nichts nehmen wir das. Gut, laufen wir Richtung Mitte? Ja. Ich würde... Oh, da sind ein paar... Zombies. Gäste. Ah, da ist ein Spind. Hast du den Spind? Den habe ich ausgenommen. Passt du schon. Passt. Mhm. Da gegenüber wir auch noch so... Ja. Nein, laufen wir mal. Schauen wir uns einmal die Mitte an. Die Mitte aller Mitten. Zombies nehmen wir mit oder lassen wir den? Ah, lassen wir noch dabei. Schauen wir mal, wo die Mitte ist. Ich war ja schon einmal da herunten, wenn wir diesen Thun angeschaut. Das schaut aus sehr interessant aus. Mhm. So eine Ärztin, eine Schwester, eine Kranke. Die wäre schon was, oder? Ja. Ja, ja. Aha, das war dann nicht immer da, wo die getroffen. He, ich habe sie in den Popsch getroffen. Ich schieße schon wieder durch den Kopf. Aber eh. Jetzt habe ich auch. Dann... Hat's was Gescheites? Gar nichts. Ah. So. Ich werde mir aber die kaputten Bäume da mitnehmen. Aha, ich bin überhitzt. Warte mal. Aber das kann leicht sein. Ah, ich habe ihn kaputt. Ich habe nur die Kapuze. Da ist übrigens ein verbranntes Gebiet. So, geht schon runter. Das wird es vielleicht sein. So, geht schon runter. Geht schon runter. Was siehst du? Ah, dort. Ich hämmere an dem Baum herum. Hör mal, wer da hämmert. Genau. Du Altsirer. Mhm. Ja, ich habe ja noch jede Menge Spikes zu machen. Auto leer. Okay, das dürfte da gerade auf seiner Militärbasis sein. Äh, na, das ist jüngter Betrieb. Mhm. Na? Boah. Was denn? Ach, dort ist das mögliche Ding. So, Kohle kriegen wir aus die verbrannten Bäume auch raus. Das ist cool. Stimmt, ja. So. Moment mal. Ja, da liegt ein Rucksack. Boah, klar. Ah, du bist dahinten im Haus. Da ist nur eine Donne. So, wo ist die Tibra? Nicht weit. Du bist da. Da lang. Okay. Ah, da. Gut, ähm. So, schauen wir mal wo die Mitte ist. Das müsste... Ist das das da? Ja. Auch da die Straße entlang. Runter. Richtung Süden. Auf der Straße da. Irgendeiner knistert. Da müsste man direkt hinkommen. Ah, da ist jetzt der Brennender. Mhm. So, mir ist relativ warm. Ja. Das kann ich bestätigen. Man muss auch was ausziehen. Ich nehme mal den Football-Helm ab. Ist das immer so eine Sache, wenn man das Gorn da blickt? Mhm. Noch weniger Rüstungswert. Jawohl. Treffer. Schauen wir mal, dass wir da ran kommen. Okay. Das war jetzt auch nichts drinnen. Ich glaube, ich mag nicht in der Hitze leben. Nein. Jetzt habe ich schon 102 Grad. Aber das kann sein, dass der so abstrahlt. Nö. Denke ich immer nicht. Okay, da ist der nächste Brände. 103. Ich glaube, ich muss von da raus. Das hält ja nicht aus. Ah, ich komm schon. Gehen wir... Vielleicht können wir ausnähen während. Vom Voll bin ich auch. Wobei, du schaust so ganz gut aus, also. Nö. Laufen wir den Weg wieder zurück? Mhm. Zumindest einmal ausladen. Ja. Da vorne ist eher ein Auto, oder? Da sind sich hier überall tolle Sachen drinnen. Mhm. Die Gläser werden auch schnell auffüllen, wenn wir schon am Weg sind. Aber das ist nicht weit von da. Ah. Na, und ich werde in der Zwischenzeit ein bisschen Holz sammeln. Mhm. Und dann können wir sich gleich wieder den Weg machen. Da ist ein weißes Auto. Ich glaube, da könnte man alles reinlegen. Ja, ich bin ziemlich voll. Ja. Ja, übrigens. Retour. Achso. Sie sind ja nicht weit. Ein paar Meter zu. So. Passt. Die sind auch aufgefüllt. Dann geht's schon. Okay. Ich kann gleich. Dann geht's schon Retour. Nix drin hier. So. Na gut. Ich lauf Retour. Eine schöne Stadt. Ein schöner Spielplatz. Ah, jetzt ist schon 90 nochmal. Ja, geht schon runter. Kaum ist mehr herrasten aus dem Verbrannten. Mhm. Also da drinnen bauen, das wird spannend werden. Ja, ich glaube, wir suchen sie doch was anderes. Zumindest hat man direkt den Mittelpunkt. Ah, da ist er. So, aufpassen, da haben wir die Spikes laufen. Ja. Da hat er da schon ein bisschen was aufgestellt. Ich war schon fleißig, ja. So, dann tragen wir das da wieder an. Ich muss mir noch einen Hut machen. Dann mal sechs Eier. Das ist immer gut. So, das Knochen. Dann werde ich gleich mal in die Kochstelle das ganze Wasser abkochen. Oh, jep. So. Oh, das ist immer Scrappend. Das ist alles grau. Graues Zeug wird gescrappt. Oder? Jo. Sinnlos, das aufzuheben. Das bringt nichts. Fuh. Dann hat sie Nägel. Da können wir dann schon mal große Kisten machen. Mhm. Raus da. Ich will in die Kiste. Wo? In deine. Boah. Gut. Wir schauen mal, was ich hier haben. So. Ein Rohr. Bisschen Metallkohle. Die Farbe tue ich auch da rein. Bier. Das hat den Fleisch tue ich zusammen. Drüben dann. Mechanical parts. Okay. Casino Tokens. Das geht auch rüber. Papier. Und Glas. Also. So, ich habe ihn noch mal für die Kiste dann. Okay. Und Cotton. So. Bitteschön. Oh. 19 Leder. Hab ich. Okay. Und dann mal da. Da haben wir Schumse. Die heben wir vielleicht noch auf. Okay. Die Fetzen können, glaube ich, drüben hin, oder? Leder, Eisen, Tuck, Tape. Papier. Cool. Ich könnte. Ja, was habe ich denn gelernt? Armocrafting. Habe ich erst einen Punkt. Ich muss auf Level 5. Dass es mir Sinn macht. Fast. Gut. Ich bin wieder am Weg nach unten. Ich auch. Ich gebe dir einen kleinen Schubser. So. Machen wir gleich die Tankstelle.